Er verließ die Gleise erst im letzten Moment vor einer Kollision und winkte dem Lokführer dabei zu. Nach Angaben der Bundespolizei vom Sonntag fehlten nur etwa 15 Meter, der geschockte Lokführer leitete eine Notbremsung ein. Wie die Bundespolizei in Magdeburg weiter mitteilte, winkte der Junge dem Lokführer während seiner lebensbedrohlichen Aktion am Freitagnachmittag zu. Dann verließ er in Begleitung anderer Jugendlicher den Bahnhof. Die vom Lokführer alarmierten Einsatzkräften der Bundespolizei erhielten aber von einem Zeugen Hinweise auf den 13-Jährigen. Polizisten suchten diesen Zuhause auf. Der Junge gab zu, sich aus Spaß vor den Zug gestellt zu haben. Laut Bundespolizei löste der Fall erhebliche Verspätungen im Bahnverkehr aus, zehn Züge waren betroffen. Sie ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Der Jugendliche wird demnach außerdem Besuch von einer regional zuständigen Präventionsbeöftragten der Bundespolizei bekommen.